Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Moinsen zur neuesten Besprechung beim Tele-Stammtisch. Wir sprechen heute über einen Film, der schon wirklich eine ganze Weile in der Film-Bubble rumgeistert. Nämlich den Film, den neueren Film von Richard Linklater. Der heißt Hitman im Original und darunter filmierte er auch so im letzten Festival-Sommer. Hat er unter anderem glaube ich beim Cologne Film Festival den guten Stu auch ganz schön beeindruckt. Grüße an dieser Stelle an Stu. Und ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe Schlogger und mir den Zero wieder gekrapscht und wir haben den Film auch zusammen im Kino gesehen. Und das wollen wir mal besprechen, wie A Killer Romance, wie dieser Film mittlerweile heißt, wie der sich so schlägt. Das ist ja ein Film, der zuerst eigentlich weltweit auf Netflix erscheinen sollte und jetzt doch ins Kino bei uns kommt. Nämlich am 4. Juli, um genau zu sein. Also auch in der Phase, in der Kino irgendwie so ein bisschen unsexy dieses Jahr in Deutschland ist, weil wir ja die Fußball-EM haben. Können wir gleich zum Start mal anfangen. Findet ihr diesen Starttermin, diesem Film eigentlich gerecht oder wird er dem Film gerecht oder findet ihr den Kacke? Ladies first. Vielleicht gibt es ja auch Leute in Deutschland, die keine Fußball-Fans sind und die sich über alles freuen, wo sie vom Fußball fliehen können. Pass abgeben, solche Leute. Und vielleicht ist deswegen so ein Starttermin ganz gut für die Leute, die auch gerne im Sommer, wenn es heiß ist, einfach ein bisschen der Hitze fliehen wollen. Vielleicht hat es dann ja auch was Gutes. Oh, bei Zero weiß ich das auch gar nicht. Zero, bist du Fußball-affin oder interessiert dich gar nicht? Interessiert mich, ich habe jahrelang gespielt, interessiert mich sehr stark eigentlich. Ich finde den Termin schlecht gewählt für so einen Film. Ich bin auch, ich finde das sehr undankbar. Also ich finde, wir kommen noch im Gespräch dazu, aber ich finde, der Film hätte einen deutlich schöneren Termin verdient. Oder halt diesen, also der Manuel aus unserer Redaktion hat ja auch schon gesagt, ey, was macht ihr da alle, der läuft auch schon längst hier, der wohnt natürlich aber auch in den Niederlanden und er hat ihn dann schon gesehen. Nämlich bei Netflix. Ja, ein Film, Hitman, geschrieben und inszeniert von Richard Linklater und mitgeschrieben hat das Ganze allerdings auch Glenn Power, sein Hauptdarsteller lustigerweise und basiert auf einem Zeitungsartikel. Das ist auch nicht das erste Mal, dass Linklater sowas benutzt. Wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen abgeklopft. Wir sind jetzt nicht die Linklater-Ultras. Wir haben nicht so viel gesehen. Also ich kenne, die Bären sind los, ich kenne natürlich School of Rock. Bei der Schlogger ist das ähnlich. Wir kennen alle drei diese schöne, zumindest aus den Eindrücken, die wir gewonnen haben, diese Before-Reihe mit Ethan Hawke und Juliet, ist es Juliet Delphi? Nee, wer ist denn das noch? Doch, ist sie, ne? Die kennen wir nicht. Und Boyhood haben wir auch nicht gesehen. Zumindest die Schlogger und ich. Sero, wie war es bei dir? Hast du Boyhood gesehen? Nein. Uns wird gerade acht. Dann sind wir Banausen. Wir sind Banausen. Aber die kommen alle, wir schwören es, auf die Watchlist. Denn das können wir schon mal am Anfang dieses Podcasts sagen. Uns hat Killer Romance, a.k.a. Hitman, durchaus zugesagt. Ja. Und ich finde auch von seiner Filmografie, da ist ja noch, also Scanner Darkly habe ich noch gesehen. Und ich finde die durchaus, also die sind ja alle wild durcheinander. Das sind alle Genres dargestellt. Ich hätte jetzt keinen roten Faden erkennen können, um zu sagen, okay, einen Richard Linklater-Film mag ich. Weil ich mir gut vorstellen kann, ja okay, School of Rock ist so ein Film. Scanner Darkly ist so ein Film. Die Before-Reihe ist so ein Film. Also das ist alles, oder hier Dazed and Confused oder Everybody Wants Some. Irgendwie, ja, alles vielleicht ein bisschen leichtere Filme. Vielleicht jetzt bis auf Boyhood, den ich aber nicht gesehen habe. Aber ich hätte da jetzt nicht sagen können, okay, das ist ein Richard Linklater-Film. Aber muss ich natürlich direkt rausnehmen, dass ich nicht so viel gesehen habe von ihm. Ja, ich finde so, durch sein Oeuvre, wenn man jetzt so die von mir gesehenen School of Rock und vor allem die Bären sind los, da geht es ja schon immer so ein bisschen, da geht es so in diese Screwbook-Comedy-Richtung, dass also Verwechslungen stattfinden oder Menschen eine Rolle einnehmen müssen, die sie vorher nicht kannten. Ich nehme mal als Vergleich, um das allen Beispiel zu sagen, das jetzt nicht aus der Linklater-Filmografie ist. In Kindergarten-Cop muss zum Beispiel der Cop Arnold Schwarzenegger oder John Kruger muss halt Kindergärtner werden. Oder aus heutiger Sicht wird man den Beruf natürlich als Erzieher bezeichnen. Aber der muss halt Kinder erziehen, obwohl er eigentlich ein Cop ist. Und das macht Linklater auch ganz gerne in seinen Filmen. Und das ist ja auch in diesem Film so ein bisschen die Ausgangsprämisse. Wer möchte von euch beiden mal erzählen, worum es jetzt in Hitman aka Killer Romance so ein bisschen geht? Ich glaube, wir hatten im Laufe des letzten Monats mal Schlogger bei The Bike Riders, deswegen ist Zero jetzt dran. Zero, erzähl doch mal, worum geht es in Hitman? Ich bin an der Reihe. Wir haben den Uniprof Gary Johnson, gespielt von Glenn Powell. Und der hat halt einen sehr besonderen Nebenjob. Er arbeitet für die Polizei und es kommt dann dazu, dass er dann dort den Auftragkiller mimt, um Leute zu überführen, die jemanden umbringen wollen. Und ja, beim speziellen Einsatz verguckt er sich so ein bisschen in die Auftraggeberin Madison, gespielt von Adria Arjona, und lässt sie halt nicht in das offene Messer reinlaufen, was er eigentlich machen sollte, sondern bietet ihr eher Hilfe an, weil er ja mit mir kriegt, dass sie zu Hause auch irgendwie häuslicher Gewalt ausgesetzt ist und dass mit ihrem Ehemann alles nicht ganz so rund läuft. Und dann entfacht sich so ein Scheiß-Tsunami fast schon, also Sachen, die einfach ihm über dem Kopf hinaus wachsen und dann passieren die ganzen Verwechslungen. Dann wird der Film richtig interessant. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Der macht sich. Ich dachte, der Junge kann das. Ein guter Junge, oder? Kriegt einen Keks. Ja. Du kriegst einen Hitman-Keks. Einen Killer-Romance-Keks. Das ist ja wohl klar. Das läuft bei mir. Du darfst dir sogar aussuchen. Was für ein. Fangen wir mal so rum an. Ich hab ja die Kritik mir auch noch aufgedrückt und weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Deswegen müsstet ihr mir heute helfen, was wir da so machen. Oder was ich da so schreiben soll. Ich fang mal an mit der Person, die für mich hier so ein bisschen raussteht aus dem Ganzen. Das ist nämlich nicht der Regisseur Richard Linklater, sondern das ist tatsächlich Glenn Powell, der ja, für mich echt überraschend, am Screenplay und am Drehbuch ein bisschen mitgewerkelt hat. Scheint also auch für ihn so eine Art Herzensprojekt zu sein. Dann an dich natürlich die Frage, Sero, wie hat dir denn der Hitman, beziehungsweise der Fake-Hitman und Uniprofessor, konntest du, wie hat er dir gefallen, konntest du das Glenn Powell abkaufen oder ist er für dich eigentlich zu schön als, und ist er schon so ein Bo, wie er jetzt in Anyone But You zum Beispiel war? Ja, anfangs ist natürlich das Problem, er spielt den Uniprof sehr unbeholfen. Vom Körper her macht er das alles super top, man nimmt ihm das auch alles ab. Nur, ob er die Haare nach links oder recht kämmt oder noch eine Brille aufsetzt, er ist halt verdammt schön, ne? Also, das kann er nicht ändern. Die packen ihn auch nicht in irgendeinen Fettsuit extra, dass du jetzt denkst, der ist jetzt nicht super durchtrainiert. Nee, der ist schon top-level, top-notch. Also, der ist auf jeden Fall eine Elf von zehn. Aber er macht das richtig gut und dann, wenn er in diese einzelnen Auftragskiller-Rollen, die er sich dann macht, reinschlüpft, ist das ja sehr facettenreich. Also, der macht das richtig genial und das nimmt man ihm auch alles ab. Und man merkt ja auch, wie dann sein alter Ego sozusagen dann auch immer mehr gerader geht und auch mir gerade rausspricht und dann auch zeigt, dass er eigentlich eher mehr der Typ ist, als der, der aber am Anfang zu sein scheint. Der Mann ist top. Ich würde ihn nehmen. Also, für einen Film. Schlogger, ja. Schlogger, bist du jetzt auch Team Glenn Powell? Ich bin das ja schon, ehrlicherweise, seit Top Gun Maverick. Ja, also, in Top Gun Maverick habe ich gedacht, der ist perfekt gecastet. Der hat ein richtig geiles Arschlochgesicht. Es ist ganz klar, dass er hier den Antagonisten spielt und ich habe während Top Gun Maverick wirklich gedacht, dieser arme Mensch wird niemals jemals anderen spielen können als den Antagonisten. Und deswegen fand ich es schon hier in Wo die Lüge hinfällt faszinierend, dass er mal für den Good Guy gecastet wird. Und da hat er für mich schon funktioniert, weil er eben auch diese Portion Selbstironie und ich kann mich auch über mich selber lustig machen, was jetzt vielleicht das Gleiche ist, mitbringt, was ein Mann einfach total attraktiv macht. Und hier in A Killer Romance, er hat nicht nur mitgeschrieben, sondern das ist ein Glenn-Powell-Film. Er darf da alles rausholen, er darf, wie Seru schon gesagt hat, er darf zeigen, was er schauspielerisch, also darf ein bisschen was zeigen, wenn nämlich in seiner Körperhaltung, in seiner Sprache, in seiner Mimik springt er von einer Sekunde auf die anderen vom schüchternden Uniprofessor zum toughen Hitman-Mimen. Und es wird auch thematisiert im Film. Also ich finde, durch unsere Vorrede und auch dieses Verwechslungskomödienvergleich könnte man jetzt denken, dass das hier irgendwie albern wirkt, aber es ist ja durchaus, fand ich, dass der halbwegs real schauspielert. Also es wird ja zum Thema, wie ist es, wenn du dich anders verhältst, als du eigentlich bist. Es wird zum Thema, dass er sich da so verstellt und dass es ihm Spaß macht. Aber bevor ich jetzt zu sehr in die ganzen Thematiken reinspringe, in die wir noch besprechen, mag ich Glenn Powell. Ich mag ihn spätestens seit, wo die Düge hinfällt. Und in diesem Film habe ich mich safe in den als Schauspieler verliebt, weil er eben hier zeigt, dass er nicht nur gut aussieht, sondern eben auch was drauf hat und sehr witzig ist, was für mich immer wichtig ist bei einem Menschen, der attraktiv sein soll. Meine Fresse, jetzt habe ich es. Ja, ich ergänze noch um einen Fakt, von dem ich gehört habe. Ein Kollege durfte ihn interviewen und der Typ ist nicht nur vor der Kamera und während der Kameralaufzeit ist der nett, sondern der ist auch auf Kamera wohl tierisch sympathisch und gut gelaunt. Ach du, das habe ich auch gehört. Ja, ich weiß nicht, ob es der gleiche Kollege ist, aber ja, habe ich auch gehört. Das muss ich schon sagen. Das ist echt nötig, mehr Respekt hat. Der junge Mann ist ja nun auch schon mittlerweile 35, also ist ja auch kein junger Hüpfer mehr. Danke, Timo. Alle älteren Menschen heulen gerade. Ja, ich meine, er gehörte, das hatte ich wirklich vergessen, der war 2014, also vor zehn Jahren, war er einer von den jungen Mitstreitern in dritten Expendables mit Sly. Und da ist er mir nun gar nicht aufgefallen. Und ich meine, seit Top Gun Maverick bin ich an Bord bei ihm. Für den Mann will ich schwul werden. Also den finde ich geil. Also nicht geil im Sinne von, den will ich mir unbedingt krallen, sondern der wirkt auf mich sympathisch. Der ist natürlich, der hat auch so ein Schauspieler-Karesma einfach. Das fehlt ja heutzutage manchmal und das hat er total. Und ich finde die Rollenauswahl sehr geschickt von ihm. Er hat eine Rom-Com jetzt gemacht. Er macht jetzt den Hitman oder den hat er schon vor längerer Zeit begonnen. Jetzt sehen wir den im Sommer in der wirklich sich niemals anbahnenden, aber jetzt doch kommenden Fortsetzung zu Twister von Jan de Bond. Der spielt jetzt im zweiten Teil mit. Und ich bin sehr gespannt, ich bin an Bord. Ich würde von dem mittlerweile alles gucken, denn ich bin da voll bei dir. Ich finde ihn als Uni-Professor, ja, ich bin da bei Zero. Ich finde auch, er wirkt nicht spleenig genug. Er wirkt für mich tatsächlich eher wie ein alter Ego von Richard Linklater, muss ich sagen. Nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Aber wenn er dann seine Killer-Momente sein und spielen darf. Herr des Himmels. Ich meine, der Film, wir haben an anderer Stelle schon öfter mal über Filmlaufzeiten gesprochen und dass wir es gerne auch mal unter zwei Stunden haben. Und das ist auch schön, weil auch Hitman bzw. Killer-Romance macht da keine Ausnahme. Aber wenn er teilweise Typen spielt und wir da nur so ein paar Sekunden von sehen, habe ich echt gedacht, also ich hätte davon noch locker zehn Minuten mehr sehen können. Wie war das bei euch? Ja, also das ist schon der Teil des Films, der am übertrieben komödiantischsten wirkt. Aber dadurch, dass es ja auf einer wahren Geschichte basiert, nehme ich sowas immer viel lieber hin und denke, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich auch so war. Vielleicht nicht so überzogen, wie es im Film gezeigt wird. Und dadurch, dass dieses Identitätsthema und wer bin ich eigentlich und kann ich ändern, wer ich bin, so präsent war, was ich sehr spannend fand, hat es für mich da auch thematisch, nicht nur optisch und wie er es dann eben spielt, gut reingepasst und hat mir deswegen auch gefallen. Gerade wenn er dann immer wechselt von den Figuren, sind da, glaube ich, fünf fest verschiedene Figuren, die man ganz länger sieht. Es ist einfach herrlich. Also, Kollege Hunnis hat ja geschrieben, er guckt sich bestimmte Jahre jetzt immer irgendwann in der schlechten Laune hat davon einen Zusammenschnitt auf YouTube an, wie du nur diese Rollen siehst. Weil das, ey, das ist perfekt einfach. Man hat sofort ein Grinsen im Gesicht, wenn man sich das anguckt, wie er das macht und auch dann mit den, in dem Sinne eigentlich Auftraggebern, dann kokettiert oder auch in deren Welt halt so reinkommt durch sein alter Ego. Perfekt. Wie ging es denn mit seiner weiblichen Ergänzung? Die gute, äh, ich versuche es auszusprechen. Adria Iona, ja, das ging lang mir sogar relativ gut. Eigelob stinkt zwar, aber ich sage es trotzdem. Ich kannte die aus Endor aus der ersten Staffel, der, wie ich finde, einzigen Star Wars Serie, die man sich angucken muss. Die anderen kann man sich vielleicht angucken oder sollte man sich mal angucken. Endor muss man sich angucken. Eine zweigeteilte Frage. Erste Frage, war sie euch vorher ein Begriff oder habt ihr vorher schon was von ihr gesehen? Und zweite Frage im Anschluss oder zweiter Teil der Frage, wie gefiel die weibliche Hauptrolle euch hier bei Hitman beziehungsweise Killer Romance? Diesmal natürlich nicht Ladies first, sondern zur Frau darf sich zuerst der Mann äußern. Grüße an unsere Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion an dieser Stelle. Erste Frage, nein, habe ich von ihr nicht. Ich bin kein Serienschauer und dadurch habe ich sie nicht mitgekriegt. Ich auch nicht, trotzdem habe ich sie gesehen. Ja, deine Schuld. Und was war der zweite Teil, sorry? Wie hat sie dir gefallen jetzt als Gegenpart von Glenn Paul? Oh, sie hat super reingepasst. Sie hat dann so dieses Fürsorgliche auch gleich mit reingebracht. Sie wird ja gleich so als Hundeliebhaberin mit dargestellt, wo sie sich um so Welpen und sowas kümmern. Das hat so eine leichte Wärme reingebracht. Und auch was Verletzliches gleich in der ersten Szene, weil sie ja wirklich hilflos da ankam, wo sie dann Mord in Auftrag geben will. Ich fand sie super angenehm. Also sie spielt das auch gut. Sie switcht dann natürlich auch. Also darf dann auch in ihrem Charakter mal switchen zum Schluss hin. Und das kriegt sie auch optimal hin. Also die haben eine gute Chemie zusammen, das hat gut gebondet. Also Top Couple. Schlogger, wie war es bei dir? Also ich habe Pacific Rim 2 gesehen, wo sie ja anscheinend auch mitspielt. Ich sage anscheinend, weil sie mir da nicht aufgefallen ist. Aber ich habe gesehen, dass sie da mitgespielt hat. Deswegen war das jetzt der erste bewusste Film von ihr. Und sie passt gut zu Glenn Powell, weil die beiden ungefähr, beide eine Elf sind von zehn, optisch. Und was mir bei ihr auch gefallen hat, was Zero ja schon angedeutet hat, dass sie, sie kann auch beides spielen. Also bei ihr ist es auch so eine Rolle, wo du dich als Zuschauer fragst, okay, verarscht die unseren Protagonisten? Meint die das ernst? Und da erst mal, weil sie mehrere Seiten zeigt. Und dann, als die zwei sich ein bisschen näher kommen, fand ich auch, dass man, den beiden habe ich abgenommen, was da passiert. Das hat mir total gut gefallen. Ich fand, die haben gut funktioniert. Und ich mochte den beiden zugucken bei dem, was da mit ihnen passiert. Weil wir hier spoilerfrei bleiben müssen. Möchten, das hat mir gefallen. Ja, ich bin bei ihr deutlich zwiespältiger und zwiegespaltener als bei Glenn Powell. Denn ich finde, dass die Einführung dieser Figur, ja, da kommt sie so als, für mich wirkt sie da so ein bisschen wie so ein Heimchen. Ganz, ganz zurückgezogen, quasi schon in so eine innere Immigration gegangen, weil sie wirklich anscheinend zu Hause, und das bleibt sehr, sehr im Wagen, zumindest Dinge erlebt, die man als Mensch nicht erleben soll und nicht erleben möchte. Mir persönlich geht der Wandel von der, ich will jetzt nicht sagen Hausfrau, weil das so despektierlich klingt, aber von der, ich sag mal so, zurückhaltenden, vielleicht ängstlichen Figur hin zur, das muss man an dieser Stelle, das ist keine Beleidigung, das ist auch hoffentlich nicht oberflächlich wirkend, die ist halt super heiß ab einem, ich finde ab ihrer zweiten Szene kommt die als super heiße Frau rüber. Und das war, das war für mich, ich hab ihr das, diesen Schritt konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Bei Glenn Powells Charakter, bei Gary Johnson, finde ich das alles irgendwie nachvollziehbar. Bei ihr war es mir, das ging mir zu schnell. Bei Gary, finde ich so, das ist so ein gewisser Grad von, ich will jetzt nicht sagen Schizophrenie, aber zumindest von, also so ein bisschen was von den Figuren, die ihr spielt, von den Killern schlummert vielleicht in Gary. Und das kann man greifen, das kann man nachvollziehen. Bei ihr dachte ich so, oh, wo kommt das denn jetzt her? Und ich sag's nochmal, die Frau ist wirklich, die ist wunderschön anzuschauen. Und das heißt, und dann macht der Film auch so einen billigen Trick, nämlich, ach, guck mal, sie nimmt ihre Brille ab. Und das ist so, das war mir irgendwie nicht nachvollziehbar genug. Das fand ich nicht so ganz schlüssig. Sorry, ich wollte da schon direkt reinkriechen. Erstmal jetzt, was sie nimmt ihre Brille ab? Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Und dann dieser Wechsel, den fand ich im ersten Moment auch weird, aber hat in meinem Guck-Hirn reingepasst, in dieses Verarschtigen gerade oder nicht. Also, dass wir uns erst reinfinden müssen in, was ist denn, wie ist sie denn? Und als der Film sich dann entwickelt, hat mir das gefallen. Und das konnte ich auch nachvollziehen. Weil es wird ja später auch mal passieren, dass sie mit ihrem Mann, also mit ihrem Ex-Mann konfrontiert ist und sich dann wieder ein bisschen, dass man sieht, dass sie dann einfach ein anderer Mensch ist mit jemand anderem. Und das finde ich dann, also der Film ist, ich habe es vorhin kurz gesagt, das ist jetzt kein realer Film, es ist jetzt kein menschelnder Film und der würde genauso passieren. Aber für so eine Art Film finde ich ihn eben relativ real. Und da fand ich es eben auch toll, den Aspekt, dass ganz klar ist, dass jeder Mensch sich bei unterschiedlichen Menschen anders verhält. Und so habe ich mir dann diese zwei eventuell gegensätzlichen Pole von ihr erklärt, dass sie da halt relativ sich unterwürfig verhält, obwohl sie sich da anders wieder ein bisschen dominanter auch verhalten kann. Also dieses Sexbombenmäßige. Das war für mich auch irritierend, deswegen verstehe ich, wo das herkommt. Aber es hat für mich dann doch funktioniert, weil es auch zu diesem Thema von Identitäten gepasst hat. Ich mache mal kurz, bevor wir weiter machen, einen Knoten in meinen Taschentuch, weil ich einen Aspekt, den du gerade genannt hast, da muss ich dich nachher noch was zu fragen. Den fand ich nämlich spannend. Jetzt ist Sero dran, entschuldige. Ich muss locker mal zur Seite springen sogar, weil was auch noch fehlt, wir sehen ja natürlich die ganze Zeit Gary Johnson, wir sind immer bei ihm, ist natürlich die Hauptfigur für uns. Und als er ihr anfangs sozusagen diesen Rat gibt, wo er sie kennenlernt, dass sie doch was ändern sollte, die haben ja ein ganz gutes Gespräch. Das sehen wir ja nicht, was sie dann alles macht. Und wir sehen auch nicht genau, wie viel Zeit dann vergeht, bis sie sich dann wieder treffen. Und dann geht es ja ja besser. Da kommt ihr auch so rüber, ja, ich habe das und das geändert, habe jetzt eine eigene Bude. Und dann ist sie ja gut drauf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das auch ändert, weil sie dann halt von ihrem Ex weg ist und jetzt ihr eigenes Life hat. Also ich fand das noch relativ logisch. Wie gesagt, vielleicht bin ich da auch zu nitpicky. Ich weiß es nicht. Mir hat da, wie gesagt, so die gewisse Schlüssigkeit gefehlt. Ja, die Irritation verstehe ich. Genau, das kann ich gut verstehen. Aber ich finde, der Film geht da einen ganz guten Weg, um einen da mitzunehmen, dann doch. Aber anfangs hat es mich auch ein bisschen irritiert. Fair enough, fair enough. Ich habe eine Frage, die ich, oder was Irritation angeht. Es gibt ja so ein bisschen die Geschichte, dass immer wenn Gary in Vorlesung ist, ja, als Dozent gezeigt wird. Und dann doziert er. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, diese philosophischen Streusel auf dem Kuchen, um im Bild zu bleiben des Films, die wirken für mich manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen arzi-fazi, aber die sind so ein bisschen, ich fremde noch ein bisschen damit. Ich weiß, glaube ich, was Linklater da machen will und immer mal wieder auch so Denkanstöße liefert, weil die natürlich auch immer den Kontext des Films da gut widerspiegeln. Aber irgendwie haben die für mich manchmal so, gerade auch, weil der Film doch so im Genre zumindest relativ lang geraten ist, also knapp unter zwei Stunden, nicht, dass der jetzt wahnsinnig lang oder langweilig ist, aber schon so, dass ich dachte, so ein, zwei davon weniger nehme ich auch in Kauf. Was sagt ihr zu meinem Punkt? Bin ich da zu kritisch? Also ich musste schon lachen, als der Film anfing mit und das sagt Nietzsche. Ich dachte, ja, okay, klar, steigen wir hier gleich mit Nietzsche ein, ist ein bisschen übertrieben. Aber dadurch, dass ich ja dieses Thema mochte von Identität, war und ich auch sehr Philosophie und Ethik interessiert bin und Psychologie ja auch, was für ihn ja, also die Hauptfigur ja auch sehr wichtig ist, weil er ja seine Hitman, also seine Auftragsmörder ja anpasst, was dem Opfer vermeintlich psychologisch interessiert, er verkauft es ja für sich selbst als Feldstudie, gut passen würde. Und deswegen war es für mich okay, weil das dann eben diese Themen des Films auch sind, eben Psychologie und vielleicht auch Philosophie und Moral. Ja, es war jetzt halt nicht ganz vorsichtig skizziert, es war schon richtig schön in die Fresse rein, also dass auch jeder mitkriegt, der vielleicht auch nicht so in dem Thema ist. Aber dafür war ja die Leichtigkeit dem Film halt dann auch gegeben. Ich glaube, hätte er das zu sehr versteckt, dann hätten vielleicht einige gar nicht diesen Umriss gemacht, dass das alles zusammenpasst. Also so fand ich es einfach nur ein bisschen vereinfachter, halt dass alle das gleich verstehen können. Mhm, okay, gut. Wie gesagt, ich will auch nicht da den großen Filmkritiker spielen, sondern da einfach nur nochmal so zwei, drei Sachen, die mir so ein bisschen, nicht sauer, aber zumindest die mich ein bisschen irritiert haben. Mich hat nicht irritiert, dass ich hier, wie ich finde, mal gucken, ob ihr da d'accord seid, so ein Genremix aus ein bisschen Krimi-Komödie, ein bisschen Screwball-Komödie, also dieses Verwechseln. Es gibt dann ja auch so Momente, in denen zumindest Garys Tarnung langsam zu bröckeln droht. Dann gibt es auch einen Kollegen, der da, ich sag mal, aktiv auch daran arbeitet, das so ein bisschen zu dekonstruieren. Aber geht ihr mit, wenn ich sage, wir haben einen schönen, ausgewogenen Genremix, der so die Balance ganz gut hält, zwischen ein bisschen Spannungsmomenten, jetzt nicht irgendwie, dass das Nägelkauer wird, aber das wird zumindest so, dass man mitfiebert oder dass man bei der Stange bleibt. Und auch ein paar witzigen Szenen. Gerade, ich sag jetzt mal Stichwort, der Killer Patrick Bateman, von dem ich, glaube ich, mir eine Stunde hätte angucken können. Ja, gehe ich mit. Und da möchte ich auch Zero, Zero sag du erst mal, bevor ich hier noch was habe. Ich finde, der geht da ganz komplett, vom Anfang bis Ende nonchalant, komplett durch. Und es ist, wie gesagt, die Rollen, ich wiederhole mich, glaube ich, 30.000 Mal heute noch dabei, es ist einfach der Hit. Also gerade, wie er dann immer in die Rollen reinspringt. und Patrick Bateman. Also du hast ja, bei jeder einzelnen Rolle hat man ja genaue Anspielungen auf irgendwelche Film oder popkulturelle Charaktere, die man auch sehr schnell greifen kann. Und das ist einfach genial gemacht. Genau. Und was ich jetzt noch sagen wollte zum Thema Verwechslungskomödie, was mir nämlich bei dem Film total gut gefallen hat, was ich auch immer so ein bisschen jetzt angedeutet habe, ist, dass der Film seinen Humor und seine Spannung nicht aus diesem typischen Trope nimmt, etwas wird nicht angesprochen. Und daraus entwickelt sich irgendwie Missverständnisse. Und man fragt sich die ganze Zeit als Zuschauer, wann wird es endlich angesprochen? Natürlich gibt es dieses große Verwechslungsding, was zwischen unseren zwei Hauptfiguren schwebt. Aber im Prinzip wird in diesem Film überraschend viel direkt angesprochen. Und das ist mir so positiv aufgefallen, dass er eben seine Spannung nicht künstlich konstruieren muss aus eben dieses zwei Reden aneinander vorbei oder erzählen sich was nicht, sondern eigentlich fliegt relativ viel schnell auf und wird schnell angesprochen, zumindest für Filmmaßstäbe. Und das ist mir wirklich positiv aufgefallen. Das hat mir gut gefallen. Ich finde auch, wenn wir da die Rom-Com so ein bisschen da noch mit reinnehmen, gerade bei vielen Rom-Coms ist dieser letzte, dieses retardierende Moment, wo sie jetzt sich dann kurz entzweien, weil sie ein Problem haben und strugglen, das wirkt sehr bemüht in vielen Komödien davon. Hier bei Hitman, finde ich, ist die, oder bei Killer Romance, ist diese Schranke total nachvollziehbar, weil da wird halt nicht nur irgendwie was verschwiegen, sondern es wird halt eine komplette Identität, verfälscht und man hat so das Gefühl, dass die andere Person sich dadurch auch belogen und betrogen fühlt. Das ist echt eine total sinnvolle Schranke, die das hindert, dass jetzt die gleich happily ever after enden. Das fand ich schon krass. Also das wirkte für mich deutlich organischer als in vergleichsweise, auch ehrlich gesagt, in dem von dir doch, du mochtest jetzt, wie heißt der, wo die, wie heißt der auf Deutsch, wo die Lüge hinfällt. Ich will immer, wo die Liebe hinfällt sagen. Ja, für mich war das zum Beispiel, dieser Struggle am Ende, dachte ich so, oh komm Leute, ich weiß doch, wie es ist. Ja, also wo die Lüge hinfällt, ist ein ganz klassischer Rom-Com. Also da ist wirklich, das ist super konstruiert, das ist richtig fernab von allem, was im echten Leben passiert. Und der hier ist auch, wie gesagt, ist auch kein realer Film, aber doch viel näher an Menschen dran, als jetzt, wo die Lüge hinfällt, wo einfach zwei reiche, schön aussehende Menschen erstmal sich hassen und dann zusammenkommen. Und da passiert nichts, was du nicht erwartest. Jetzt, ich will nicht sagen, dass da besondere Dinge passieren, aber erzählst eben teilweise auf irgendwie für mich besonders wirkende Art. Auch diese Entzweihung, die du hast, wie die Entzweihung dann überbrückt wird, fand ich irgendwie sehr cool. Das passiert dann einfach und hat mir gut gefallen. Ja, passiert dann einfach. Ich will jetzt halt nicht spoilern, deswegen formuliere ich das so Wischiwaschi. Sio, war dir das Wischiwaschi genug oder wie siehst du diese Rom-Com-Genre-Einsprengselung? Bist du da bei uns, dass wir das, findest du das auch, fandst du das auch organisch oder war das für dich eher so dieses Bemühte, dass man so dachte, ja komm, wir wissen doch, wie sie ist. Ich bin ein kleiner Rom-Com-Fan auch und muss sagen, das macht der Film richtig gut, also es ist null bemüht und das, wo Schlogger gerade so drüber wegsprechen wollte, es gibt ja einen Grund, warum sie dann wieder zusammenfinden müssen und das macht der ganz clever. Also der bringt den Bogen ganz rum, auch bei der Rom-Com. Ja, also ein paar Punkte noch besser und witziger, dann wäre das ein perfekter Film. Ich greife jetzt mal das Taschentuch wieder aus meiner Tasche. Es ist unbenutzt, es ist unbenutzt, aber es ist ein Knoten drin. Den Schlogger, du hast vorhin sowas ins Spiel gebracht, das ist so das ganze Zeit so ein bisschen das, wo ich dann glaube ich am meisten zu knabbern habe. Du sprachst von Realismus oder von realistischen Figuren. Ja, ich habe mich ja selbst schon ein bisschen wieder entkräftigt. Ja, denn, also sagen wir es mal so, ich komme da jetzt, ohne Spoiler komme ich da nicht ganz rein, aber ich versuche es skriptisch zu halten. Ich finde, es gibt hier schon einen Moment, wo ich dann dachte, okay, jetzt droht es so in so eine Farce abzukippen und so abzugleiten, dass ich nicht mehr ganz folgen kann und ich finde, da geht wieder Chapeau an den Cast, auch an die wirklich nicht wenigen, aber dennoch überschaubaren und immer genug griffig inszenierten und gezeigten Nebenfiguren. Ich finde aber schon, dass Glenn Powell und Iona hier das richtig gut balanciert bekommen, dass man nicht das Gefühl hat, das werden jetzt irgendwelche Knallchargen und es wird komplett abgedriftet oder bin ich da ganz falsch? Nö. Ja, genau, wir wollen ja nicht spoilern, es passiert was im Film, wo man sich kurz fragt, huch, passt das jetzt zu den Figuren? Wolltest du darauf hinaus? Ja, also, ja, und gerade da finde ich, ist es auch so ein Moment, wo man das Gefühl hat, okay, es kann man jetzt auch, wenn man, also, wenn es nicht so gut ausbalanciert von den Schauspielern wäre, dann wäre das so ein Moment, wo man sich ausklingen könnte. Ja, es war auch weird, weil wir wissen ja alle, ich bin kein so Horrorfilm-Fan und ich mag irgendwie nichts, was irgendwie bedrückend ist, ich will keine Angst haben, ich will mich nicht schrecklich fühlen müssen und in dem Film, obwohl es so ein locker, flockiger Film ist, war plötzlich eine Szene, wo ich dachte, Moment mal, eigentlich will ich das gar nicht sehen, was ich hier sehe, aber ich durfte dann gleich wieder aufatmen und lachen, aber es war schon irgendwie, in einem anderen Film wäre das eine ziemlich schlechte, eine Szene gewesen. Ja, ich finde auch, dass sie den Philosophie-Professor an moralische Grenzen nicht nur ranbringt, sondern ihn auch nicht gerade so rüberhüpfen lassen kann, sondern dass da ein Konflikt entsteht, den kann ich total nachvollziehen und das, finde ich, löst der Film vielleicht sogar fast ein bisschen zu wohlig und zu gemütlich, aber dennoch, und das macht man ja mittlerweile, finde ich, mag ich das zumindest ganz gerne, das ist jetzt kein schwermütiger Film, sondern das ist ein doch eher leicht locker, flockiger Film und deswegen fand ich das am Ende des Tages durchaus guckbar und hat mich jetzt nicht komplett gestört. Mich hat sogar noch extra mehr ins Boot geholt, weil er so ein schwarz-humoriger Einschub, finde ich immer ganz gut. Der Kontrast zu Romcom bei mir und Horrorfilm, also ich könnte mir das immer zusammenpacken am besten und darum hat mir gerade die Szene, die war gerade jetzt umrunden, zugefallen. Hat noch mal ein paar schöne Lacher für mich gebracht. Für die Figuren selber, wenn man dann ganz ehrlich ist, ja, ob das jetzt so ganz rund ist, gerade für ihn, kann man sich wirklich drüber streiten. Aber ich finde, das hat für mich noch einen schönen Lacher gebracht und wer ein bisschen schwarz-humorig ist, der wird auch richtig Freude mithaben. Ich hatte es schon mal so ein bisschen angesprochen, um auch so langsam Richtung Fazit zu ziehen. Ich glaube, wir können hier auf einen Spoiler-Teil auch verzichten. Ich finde, um das nur anzuschneiden, ich finde gerade die zweite Filmhäfte ist sehr wendungsreich, aber nicht twistreich. Also nicht so, du denkst so, wo kommt das jetzt her? Sondern es sind schon zwei, drei Sachen, wo man kurz sagt, okay, das ist jetzt interessant, aber es ist nicht so, dass man das nicht abkaufen könnte. Eine Sache hätte ich noch als Frage formuliert. Wie ging es euch denn mit den von mir angeschnittenen Nebenfiguren? Es gibt ja zum Beispiel die Figur, Name jetzt gerade nicht präsent, ich glaube, hieß er Craig oder? Nee, Craig war der Boyfriend oder der Freund, nee, der Ehemann von Madison. Aber wer war der noch? Phil meinst du? Der Kollege? Du meinst Phil, ne? Ja, Phil. Man muss dazu sagen, eine Figur, die übrigens ja auch der Auslöser ist, warum Gary Johnson diesen Job überhaupt erst einnehmen muss, nämlich die Situation, dass dieser Cop suspendiert ist und das ist doch aber nicht der Phil. Nee, nee, ich meine tatsächlich den anderen. Ich meine Jasper, genau. Die Figur von Jasper. Das ist so ein schmieriger Polizist, der diverse Vorfälle schon sanktioniert bekommen hat, dann irgendwie 120 Tage suspendiert war mit Kohle und jetzt halt wieder in den Dienst zurück will und diese Figur fand ich, ist so eine typische Rom-Com-Figur, die ist manchmal Comic Relief und gleichzeitig hat die so ein bisschen so sinistre Pläne im Hintergrund. Wie fandet ihr denn so, also ich greife jetzt mal diese Figur raus als Nebenfigur, wie ging es mit euch mit dieser Figur von Jasper? Wer mag immer zuerst? Schlogger, wie fandest du Jasper? Puh, soll ich bei Jasper sagen? Ich habe dazu nichts, den habe ich einfach, hingenommen, der hat ein bisschen Würze reingebracht. Ob der jetzt so realistisch ist, wenn ich jetzt hier mit meinem Realismus wiederkomme, also streicht einfach das Wort realistisch bei diesem Film. Aber den fand ich okay. Ich habe ihn am Anfang, habe ich nicht ganz verstanden, wo er jetzt hintriftet, also wenn ich jetzt dieses böse Gut-Pendel, diese Waage vor mir hatte, wo geht er hin? Aber das ist ja vielleicht auch was, was spannend ist dann. Ich finde erst so, die Running Red Flag eigentlich als Figur. Er macht halt das, wo wir uns, glaube ich, alle darauf einigen können, überwiegend. Ja, ist nicht cool. Junge, das ist nicht gut. Aber gerade durch hat er ja richtig reingepasst, so einen leichten, oder leichten, kompletten Gegenpol zu Gary erst mal anfangs. und ich fand, der hatte gute Szenen. Also gerade seine, sagen wir mal, unpassenden Sprüche, die halt, die hätte ich in dem Film so erstmal nicht erwartet, zu dem Zeitpunkt. Amüsant. Ja, es ist ja so ein bisschen, finde ich, das Salz in der Suppe von solchen Comedys, dass so die, die Randfiguren müssen ja, die müssen so zwei, drei Lacher einfach präsentieren und darbieten. Und das macht ja Jasper durchaus lustig, nur kippt auch bei ihm das Ganze irgendwann so. Also auch da vielleicht auch wieder das von Schlogger schon zweimal ins Spiel gebrachte Spiel mit den Identitäten. Auch bei ihm ist das so ein bisschen so, dass der dann sich als vermeintlicher Freund präsentiert, aber es gar nicht so richtig ist. Und da Gary doch in die ein oder andere Falle tappen lässt. Und das fand ich schon interessant. Ich selber, da ist so vielleicht mein größtes Fragezeichen, weil den hätte ich, also unter einer schlechteren Regie wäre das eine viel eindeutigere Figur gewesen. Und das kriegt halt Linklater ganz gut hin, dass er diesen Jasper so ein bisschen ambivalent zumindest inszeniert. Kenners, habt ihr noch was? Oder sollen wir zu unseren kleinen Resümes kommen und den Hörerinnen und Hörern erzählen, ob sie diesen Film unbedingt im Kino sehen müssen oder vielleicht auf Streaming warten oder ob wir den überhaupt generell gar nicht empfehlen können? Habt ihr irgendwas noch, was wir noch nicht besprochen haben? Freut euch auf Phil. Freut euch auf Phil? Prima. Ladies first, Schlogger, dein abschließendes Fazit zu A Killer Romance oder im Original Hitman? Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand die Figuren, vor allem Glenn Powell, durchweg sympathisch. Ich mochte, wie gesagt, dass hier viel offen angesprochen wird, obwohl der Film eben auf Verwechslungen basiert. Ich mochte dieses Thema von wer bin ich und kann ich mich verändern und was macht Identität aus? Da habe ich gerne drüber nachgedacht, wie die Geschichte erzählt wurde. Auch ich fand, die war sehr gut geschrieben. Irgendwie, also jetzt natürlich wieder dieses Realistische mal ausgeklammert, für eine Rom-Com fand ich es relativ menschlich, für eine amerikanische Rom-Com vor allem. Und dadurch, dass das Ganze noch auf einer wahren Geschichte basiert, das wird das Ganze natürlich noch so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Film ist, den man im Kino sehen muss, vor allem dadurch, dass er, wie wir schon am Anfang angesprochen haben, so ein schwieriges Startdatum hat. Wenn man vor der EM fliehen möchte, ist das eine absolute Filmempfehlung für mich im Kino. Ihr könnt ihn aber auch sehr gerne zu Hause im Stream gucken. Aber der Film hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hatte danach ein Lächeln im Gesicht. Zero-Date-tauglicher Film oder sagst du lieber alleine zu Hause in Dr. Kuschel der Kuschel? Ganz ehrlich, wenn ich mit einem Date in einen Film, wo Glenn Paul mitspielt, reingehe, da ist aber ein ganz großes Level, was ich erreichen muss danach. Schlechte Idee. Ja, aber auf jeden Fall, es ist eine unbeschwerte Hollywood-Komödie. Kuschel für mich ein Top-Film. Jetzt mit einer der Besten dieses Jahres, mit pondierten Wortwitz und der sollte bei jedem ganz oben auf der Bordliste sein, der sich für Komödien auf jeden Fall interessiert oder auch mal verfolgen will, was jetzt der neue Star am Hollywood-Himmel, Glenn Paul, gerade so macht. Krass, denn zwei Wochen später kann man, glaube ich, in den deutschen Kinos dann, wie gesagt, in den von mir schon angesprochenen und erwähnten Twister-Szenen. Ich bin vielleicht von uns dreien sogar, ich sage nicht, der enttäuschteste, aber dieses Vermalleteil der Erwartungshaltung, die man aufbaut, wenn man aus Venedig hört, dass der Standing Ovations und Szenenapplaus bekommen hat, also Venedig 23, da lief er nämlich schon, dass auch der von mir schon erwähnte Stu den so toll fand und den beim Cologne-Filmfestival sehen konnte und sich das so langsam so rauszuhört und man immer so wartet, wann kommt der denn? Und für mich hat das dem Film in Anführungsstrichen nicht so gut getan. Ich fand ihn nach wie vor unterhaltsam, ich finde ihn gut, ich finde, das ist ein Film, der ist definitiv date-tauglich, weil er so doch diverse Aspekte hat, über die man danach auch sprechen kann. Alleine dieses Würze auch für mich jemanden umbringen oder würdest du dich auch als Killer ausgeben? Das sind doch so Sachen, die wollen wir doch alle wissen von unseren Partnern, sind wir doch ehrlich. Aber ansonsten, wenn der Film nicht Glenn Paul hätte, wäre der für mich nur halb so interessant, denn Glenn Paul ist hier der absolute MVP, muss ich sagen. Ich will von dem viel mehr sehen und ich möchte unbedingt, dass Deleted-Scenes auf der DVD beziehungsweise auf der Blu-ray irgendwann sind. Ich möchte mehr von Glenn Pauls Patrick Bateman sehen. Grandios, allein diese Szene. Dafür lohnt es sich, ein Kinoticket zu lösen. Schön. Die Schlogger, die kennt ihr, die macht tolle Comics, die macht aber jetzt mittlerweile nicht mehr so gerne Eigenwerbung, deswegen mache ich das für sie. Sie macht nicht nur tolle Comics, sondern sie ist auch eine tolle Podcasterin. Die ist so toll, dass Stu gesagt hat, mit der möchte ich unbedingt über Horrorfilme sprechen. Deswegen gibt es jeden Monat bei uns eine Folge Schocker mit Schlogger, der wird ein Horrorfilm. Also ich sage mal so, Stu darf ihn endlich mal wieder gucken und Schlogger muss ihn gucken, zumindest in Teilen. Ja, immer am 13. So ist es. Immer passenderweise am 13. könnt ihr eine neue Folge Schocker mit Schlogger sehen oder beziehungsweise hören sehen. Sehen wäre ja noch grandioser. Aber so wie Schlogger die Augen so viel zuhält, vielleicht wäre es beim Podcast genauso, wenn ihr es nur sehen könntet. Und den Seerot, den seht ihr und hört ihr bei uns ja ständig, muss man mittlerweile sagen. Aber der hat noch so ein ganz interessantes Nebenprojekt Filmtieftauchen. Da taucht er mit einer Kollegin, die ich leider nicht kenne, immer mal wieder ab und erzählt sowas über, kannst du es noch ein bisschen genauer ausformulieren? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Gottschalk, wenn der Gäste einlädt und ich weiß, was die machen. Aber sag es nochmal bitte, aus deinem eigenen, aus dem eigenen Mund klingt das meistens besser, wenn man eigentlich... Erstmal nehmen Sie bitte die Hand von meinem Oberschenkel, Herr Gottschalk. Ah, ihr, mein Lieber. Ja. Nee, das ist Filmtieftauchen, der Podcast mit historischem Faktencheck. Die Kollegin Susi, wir nehmen uns ja immer auf ein Thema und sie geht dann faktisch halt dran, ob es halt wirklich Vampire gab, was es da für Belege gibt. Ob es irgendeine Bestie von Orléans gab und, 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 so eine Sachen. Das ist eigentlich der USP davon und ich laber halt ein bisschen schwachsinnig über die Filme, die dann kommen. Also wie bei uns, okay. Wie eigentlich immer. Ja, okay, wie bei Schocker mit Schlucker. Keine Ahnung vom Film, aber es klingt ja super spannend. Da musst du ja wahnsinnig viel Recherche betreiben und du sitzt einfach nur so da und baumst ein bisschen mit den... Jetzt muss ich mich nochmal besser reden. Ich mache die ganze Recherche über den Film mit den Fun Facts und ein bisschen mache ich, aber eigentlich doch weniger als dieses Hauptfakten-Thema, was ich wirklich auch interessant finde. Manchmal sehr interessant, manchmal, naja. Aber ja, das ist eigentlich so das Ding. Ist ganz nett, ein bisschen kleinerer Podcast, kann man ruhig mal gerne reinhören und lernen. Ja, sehr schön. Klingt auf jeden Fall interessant. Da solltet ihr definitiv mal reinhören. Bei uns müsst ihr sowieso reinhören. Bei uns kriegt ihr immer die neuesten Filmkritiken, bei uns bekommt ihr Streaming-Tipps, bei uns bekommt ihr... Ist jetzt ein bisschen Schrödingers Katze und ich habe die Termine nicht so ganz im Kopf, aber wenn dieser Podcast erscheint, ist ja immer relativ zeitnah zum Kino- oder Streaming-Release, dann dürfte, glaube ich, in der Zeit gerade House of the Dragon über den ETA laufen und der gute Dom wird das wieder recappen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich bin aber gerade nicht sicher, ob diese Recaps dann erscheinen. Das Lustige ist, ich kann das ja auch rausschneiden, wenn das nicht stimmt. Also entweder bleibt es drin, dann stimmt es oder es bleibt draußen, dann sind die Recaps irgendwann anders. Ansonsten könnt ihr uns überall finden, wo es Likes gibt. Ihr könnt unseren Podcast bitte abonnieren, bei Spotify, bei Apple Podcasts könnt ihr auch sogar eine positive Bewertung schreiben. Ich und die anderen beiden finden, wir haben das verdient, deswegen macht das auch mal bitte. Und ansonsten gerne uns kontaktieren, folgt uns auf Instagram, kommentiert das, was ihr hier hört bei uns, wenn ihr auch mal was seht von uns sowieso und empfehlt uns gerne weiter. Ich sage jetzt auf Wieder tschüss und ihr zieht euch jetzt mit den Barschlappen an und dann geht ihr entweder ins Kino oder an den Strand. Bye, bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi Applaus 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 Applaus